Willkommen zum E-Sport Talk, deinem deutschsprachigen E-Sport-Podcast. Interviews mit den Größen des E-Sports und News rund um die Top-E-Sport-Titel erwarten dich hier. Are you ready? E-Sport Talk, der Podcast von E-Sport-Fans für E-Sport-Fans. Und hier kommt dein Host, Martin Schenk. Martin Schenk. Und damit herzlich willkommen zum E-Sport Talk Podcast Episode Nummer 5 und ich hoffe, euch geht's gut und ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock wie ich, heute mehr über Hearthstone zu erfahren, denn um das wird es heute im Podcast gehen und dafür haben wir einen Pro-Gamer eingeladen, der uns heute erzählen wird, wie er es geschafft hat, mehrfacher deutscher Meister in Hearthstone zu werden und wie er es geschafft hat, jetzt Pro-Gamer bei Panthersports zu sein. Dann wird er uns auch noch sehr, sehr gute Tipps geben, Einsteiger-Tipps, fortgeschrittene Tipps, wie du besser werden kannst in Hearthstone. Begrüßt mit mir recht herzlich Maynard Teacox. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, hier in den E-Sport Talk Podcast zu kommen und ja, hallo. Ja, vielen Dank, hallo. Hi, für all jenen kurz, die dich noch nicht kennen, bevor wir jetzt direkt rein starten, stell dich kurz mal vor. Ja, also ich bin Maynard Teacox, ich bin zweifacher Sieger der ISL-Meisterschaft in Hearthstone, also letztes Jahr 2015, weil dieses Jahr gibt es die leider nicht mehr. Zudem bin ich auch noch Streamer und sonst auch Social Media aktiv, spiele andere Turniere natürlich und das sollte eigentlich reichen zu meiner Person. Okay, sehr gut. Und da können wir auch gleich einhaken. Hearthstone, wie bist du zu Hearthstone gekommen und seit wann spielst du Hearthstone? Das ist eine relativ interessante Geschichte bei mir, weil 2011 hatte ich irgendwann mal die Schnapsidee, dass ich unbedingt ins E-Sport-Business irgendwie einsteigen möchte als Spieler. Weil damals habe ich viel StarCraft geschaut und ich fand das einfach so extrem geil, was da abgeht und die ganze Szene mit Kommentatoren und so weiter und das war wie so eine Parallelwelt. Ich habe damals gar nicht gewusst, dass sowas existiert. Und dann habe ich es eine Zeit lang versucht mit StarCraft anzufangen, aber 2013, das war im November 2013, da gab es dann den Beta-Key von Blizzard für Hearthstone und ich hatte immer schon so eine Affinität gegenüber Kartenspielen. Ich habe früher Yu-Gi-Oh! gespielt, relativ gut. Und dann dachte ich mir, na, das ist doch eigentlich die perfekte Chance, da mal was zu probieren. Und dann habe ich es probiert und dann ging es so weiter. Das heißt, seit dann ist es nicht mehr bergauf gegangen. Ja, es gab auch ein paar Tiefschläge. Also es ist schon auch einiges schiefgelaufen. Ich hatte auch eine Zeit lang aufgehört, aber letztendlich habe ich dann meinen Weg gemacht. Okay. Es ist ja immer, wenn man ein neues Spiel startet, dann gibt es immer so Schwierigkeiten, die man meistern muss oder wo man nicht so ganz klarkommt. Hat es das bei dir gegeben bei Hearthstone oder bist du da direkt rein und warst Pro? Ja, naja, ganz so einfach ist es nicht. Also ich bin direkt rein und war gut. Das kann man sagen. Direkt Pro war ich nicht. Damals gab es noch, das werden viele Leute nicht wissen, damals gab es noch andere Einstufungen. Heute ist das ja von Rang 25 bis Legend. Und damals war es noch wie in Starcraft beispielsweise auch. Da gab es Bronze, Silber, Gold und dann Diamant und Master. Und ich war schon nach zwei Tagen oder so war ich dann Master, drei Sterne. Das war das Höchste, was man schaffen kann. Aber das war auch noch nicht so eine Leistung, wie es halt damals war. Aber ja, ich habe halt einige Turniere auch gespielt und einfach von Anfang an schon gut darin performt. Das heißt, Schwierigkeiten haben sich eigentlich erst später so entwickelt, wo dann wirklich Hearthstone, wo es dann viele Decks gab. Beispielsweise, das ist das Schwierige für mich, sind halt so Decks wie Patron oder Freeze Mage, weil man sich da tatsächlich einarbeiten muss, weil sie einfach vom Rest sich so sehr unterscheiden. Okay. Und du bist ja derzeit, bist du ja bei Panthersports und wie bist du da zu Panthersports gekommen? Zu Panthersports gekommen? Ja, das hatte auch wieder einige Stationen vor sich. Wie gesagt, ich habe dann am Anfang halt gespielt, ein paar Turniere, gut performt, auch ein paar gewonnen. Dann habe ich dann eine Zeit lang aufgehört, weil der ganz große Durchbruch nicht kam. Der kam nur für andere und dann gab es bei mir eine Geschichte mit MTV. Ich weiß nicht, ob die noch jemand kennt. Das hat sich dann auch nicht gefügt. Deshalb war ich dann relativ frustriert eine Zeit lang und hatte ganz aufgehört. Dann habe ich aber gemerkt, dass mir der E-Sport fehlt im Leben, dass ich das brauche, dass ich einfach nicht ohne E-Sport leben möchte. Und dann habe ich angefangen bei Energy Wave, habe da dann ein bisschen gespielt. Dann bin ich mit meinen jetzigen Teamkollegen dann auch zu UX Gaming gegangen und nach der ersten deutschen Meisterschaft kam dann das Angebot von Panthersports. Das waren so die Stationen. Okay. Was war da so dein größter Erfolg in Herz? Und du hast es vorher schon kurz angesprochen. Ich schätze mal, das waren schon die größten Erfolge, aber ein bisschen detaillierter. Natürlich. Also die beiden ISL-Meisterschaften waren natürlich meine größten Erfolge. Das teilt sich so ein bisschen auf. Ich kann nicht sagen, welche da bedeutsamer war. Natürlich die zweite ISL-Meisterschaft, das war die ISL-Meisterschaft Sommer 2015. Das war auf der Gamescom natürlich schöne Bühne mit Publikum und es war relativ groß. Das war schon ein Ereignis. Vor allem, da war ich auch mit meinem Teamkollegen Icarus im Finale. Deshalb war das einfach was ganz Besonderes. Aber so emotional mitgenommen hat mich tatsächlich die erste deutsche Meisterschaft. Also das allererste Mal, weil da habe ich so gar nicht damit gerechnet, dass ich das gewinnen könnte. Die Kommentatoren meinten zwar, ich wäre Favorit. Das habe ich aber nicht gesehen. Und dann am Ende, als ich das gewonnen hatte, ich habe mich zwei Wochen lang unglaublich gefühlt. Das war eine sehr coole Zeit. Also da habe ich wirklich was mitgenommen. Man fühlt sich wie der Hero dann, oder? Ja, das hätte ich mir nie gedacht. Das war unglaublich. Echt. Ich bin nur noch mit Grinsen rumgelaufen. Ich habe angefangen, ganz andere Musik zu hören. Das hat sich bis heute so durchgezogen. Aber ich war einfach, ich habe mich gefühlt, als wäre ich der King irgendwie. Das war wirklich komisch. Zum Glück ist das nach zwei Wochen wieder weggegangen und ich bin wieder auf den Boden der Tatsachen gekommen, weil das teilweise auch ganz unangenehm geendet ist, wenn ich meinen Abend weg war. Aber das war schon, war cool. Okay, cool. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen allgemeiner, so internationaler, weil da würde mich mal interessieren, wie ist denn so das Niveauverhältnis zwischen EU, NA und dem asiatischen Raum? Weil ich glaube, auch im Hearthstone, so wie bei anderen E-Sport-Titeln, sind die Asiaten wahrscheinlich auch weit vorne, oder? Das denken immer alle und dann sind immer alle überrascht, dass ich sage, dass tatsächlich EU als die beste Region gehandelt wird. Wirklich, in Hearthstone? In Hearthstone, ja. Ich würde tatsächlich sagen, also ich halte mich bei solchen Sachen immer raus, weil ich das sehr spekulativ finde. Vor allem in Hearthstone, wo viel um RNG sich auch dreht und so. Also ich würde schon sagen, dass die europäischen Spieler vielleicht, so wenn man Leute wie OstKK betrachtet, die halt wirklich nochmal einen richtigen Ticken draufsetzen, hat Europa schon die besten Spieler. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass sich die drei Regionen nicht viel nehmen. Ich würde sagen, das hält sich alles relativ die Waage. Aber allgemein, die Leute sehen EU vorne und vielleicht, wenn ich ehrlich bin, muss ich auch sagen, ja, ein ganz kleines bisschen ist EU vielleicht vorne. Okay, ja, dann bleiben wir gleich so im E-Sport-Bereich. Und zwar, wie schaust du bei Hearthstone aus? Hearthstone ein Top-E-Sport-Titel oder wenn nein, was glaubst du? Hat das das Zeug dazu, ein Top-E-Sport-Titel zu werden? Naja. Es ist ja jetzt noch etwas kleiner, oder Hearthstone? Naja, das kommt darauf an, wie man Top-E-Sport-Titel definiert. Weil man kann das entweder über Preisgelder definieren, man kann das über Zuschauerzahlen definieren oder auch über Spielerzahlen. Man kann auch sagen, okay, so und so viele Spieler hat das Spiel. Ich muss natürlich sagen, so jetzt von der Rezeption her sind natürlich momentan Counter-Strike, League of Legends sind sehr, sehr groß. Von Preisgeldern her natürlich Dota 2. Das sind vielleicht so die E-Sport-Titel, die alles überragen. Aber was mich damals schon gewundert hatte, war, dass Hearthstone relativ schnell zumindest mit StarCraft 2 mithalten konnte. Besser gesagt, es kam mir so vor, als wäre StarCraft 2 auf so einen absteigenden Ast geraten. Dadurch, dass viele Spieler von StarCraft zu Hearthstone tatsächlich gewechselt sind. Also ich kenne wirklich sehr, sehr viele Leute, die diesen Wechsel vollzogen haben, weil es einfach deutlich stressfreier ist und trotzdem einige Leute halt in dieses E-Sport-Business einsteigen wollten. Deshalb hätte man mich vor ein paar Monaten noch gefragt, hätte ich schon gesagt, dass Hearthstone ein Top-E-Sport-Titel ist, da die Preisgelder eigentlich gestimmt hatten, die Zuschauerzahlen auch. Wenn man auf Twitch guckt, von den Streamern her sind eigentlich immer, ist Hearthstone unter den Top-5-Spielen schon. Aber so ein bisschen was fehlt noch, wenn man wirklich sagt, im Vergleich zu LOL, Counter-Strike, da ist Hearthstone nicht auf dem Niveau. Ob es da noch hinkommen wird, weiß ich nicht, aber es wäre möglich. Die Frage ist, ich spiele selbst auch Hearthstone seit einem halben Jahr und wenn man es jetzt vergleicht, was man im Prinzip nicht könnte, aber mit League of Legends vergleicht, dann ist es in League of Legends, also so sehe ich es, mehr Action wie bei einem Hearthstone, oder? Das ist auf jeden Fall ein ganz großer Zuschauerpunkt. In League of Legends, ehrlich gesagt, schaue ich auch sehr, sehr selten und sehr ungern irgendwelche Hearthstone-Streams. Okay. Mich entertaint das einfach nicht. Mich langweilt das. Ich kann da nicht viel rausgewinnen. Das Einzige, warum ich Hearthstone-Streams gucke, ist, wenn irgendwer ein Deck hat, das ich nicht kenne oder wenn irgendwer irgendwas spielt, wie ich es nicht spielen kann, wo ich mir halt was abgucken kann, wo ich lernen kann. Okay, das heißt, es gibt im Prinzip ein Limit, oder? Was man erreichen kann im Hearthstone, oder? Limit? Das heißt, wenn man alle Karten im Prinzip kennt, oder? Oh, nee. Also es geht schon noch weiter. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Um das Spiel gut zu spielen, muss man alle Karten kennen. Aber es geht schon deutlich darüber hinaus. Also es gibt noch viele andere Fähigkeiten, die man mitbringen muss und weiterentwickeln muss, um das Spiel zu beherrschen. Okay, ja. Das wäre auch eine Frage gewesen. Ist Hearthstone ein Pay-to-Win-Titel, oder braucht man Skills für Hearthstone? Ich glaube, das ist eine andere Frage, weil das eine ist der Fähigkeitenbereich und das andere ist, kann man mit Geld... Also, ich glaube, ich will auf beide Sachen eingehen, weil ich glaube, beides ist relativ interessant. Okay. Fangen wir an mit den Fähigkeiten, die man mitbringen muss, weil neben dem Wissen über die Karten geht es auch noch darum, dass man weiß, wie man auf dem Board tradet, wie man mit solchen Sachen umgeht. Wie man Sachen antizipiert, wie man um Sachen herumspielt. Natürlich muss man die Karten kennen, man muss wissen, der Gegner kann Swipe, kann Druid of the Claw haben, wenn er Druid ist. Das ist alles schön und gut, aber nichtsdestotrotz muss man auch noch wissen, wann man tappt, wie man den Mali geht, also die Starthand, wie man die behält, wie man die Matchups spielt und da kommt auch viel Statistik mit rein, weil man Chancen berechnen muss. Und deshalb, man kann das Spiel beispielsweise, wenn wir auf so einen Grundskill zurückkommen, man sollte auch relativ flink im Kopfrechnen sein, weil sonst kriegt man auch Probleme. Okay. Und vor allem bei so Decks wie dem alten Patron, also damals Patron mit den Whirlwind-Effekten, wo Frothing Berserker noch beliebter war, da gab es wirklich Runden, wo allein die Animationen von den Karten eine Minute dauern, wo du dann wirklich sehr, sehr schnell sein musst und sehr schnell mit dem Plan kommen musst. Okay. Die andere Sache, die du dann angesprochen hattest mit dem Pay-to-Win, ist natürlich schon so, dass du viel Geld investieren musst rein theoretisch, wenn du jetzt neu startest und sofort loslegen willst, um alle Decks spielen zu können. Aber die Sache ist, es gibt viele Profispieler, die beispielsweise sehr aggressive Decks spielen und die Agro-Decks sind allgemein nicht sehr teuer. Also es gibt Agro-Decks, die sind wirklich sehr, sehr günstig. Die kann man sich schon ab 1500 Staub herstellen und da kann man direkt mit einsteigen. Und wenn man die gut spielen kann, das zeigen die Profispieler auch immer wieder, es sind zwar billige Decks, die sie spielen, aber spielen trotzdem gut damit. Das heißt, ich glaube, das ist eher so eine Ausrede von neuen Spielern. Ja, so, ich habe verloren, aber ich kann ja eh nicht gewinnen, weil ich mir die Karten nicht leisten kann. Okay. Ja, stimmt also, wenn man jetzt sagt, okay, man verdient sich die Karten auf den herkömmlichen Weg, ohne jetzt irgendwie was zu investieren, dann braucht man ja sehr, sehr lange, oder? Das dauert schon lange, also ist ein harter Weg. Ich bin jemand, ich habe 60 Euro, habe ich mal in Hardstone investiert. Okay. Und ich habe zwar alle Karten, die man so braucht, aber ich habe nicht mal alle Karten. Und vor allem keine, ich habe nicht viele goldene Karten und so weiter und so fort, weil ich es einfach nicht einsehe in das Geld. Ich bin ein pragmatischer Mensch. Ich will mein Geld nicht für goldene Karten ausgeben, sondern ich kaufe mir davon lieber Essen oder so. Okay. Sehr vernünftig. Ja. Okay. Ja, dann hätte ich gesagt, wir gehen mal so ein bisschen ins Spiel ein, schauen uns das Spiel ein bisschen an. Und zwar hat jetzt Blizzard eine Anmerkung gemacht, dass sie also jetzt im Jahr mehr Karten releasen wollen. Jetzt ist wieder die Frage, wieso machen sie das? Wollen sie mehr Geld machen? Weil wir jetzt vorher bei P2Win waren und dein Geld. Ja, das wird natürlich auch ein Punkt sein. Sie werden mehr Geld machen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ihr Grund, warum sie es machen. Aber sie machen damit auch das Spiel relevanter. Weil so ein Kartenspiel musst du frisch halten. Wir hatten so circa vor einem Jahr, gab es so einen richtigen Boom in Hearthstone. Da war Hearthstone im E-Sport-Titel, also als E-Sport-Titel in aller Munde. Teams haben sich drum gerissen, einen Hearthstone-Squad in den Teamkader aufzunehmen. Und es waren auch horrende Summen an Preisgeldern teilweise dabei. Das ist jetzt alles so ein bisschen stagniert. Es ist nicht zurückgegangen, aber es ist so auf diesem Level geblieben. Und ich habe momentan so ein bisschen das Gefühl, dass das Hearthstone wirklich was Neues braucht. Und dieser Standardmodus und jetzt wirklich nochmal die vielen Veränderungen, die Blizzard da angekündigt hat, die können halt genau diese Veränderungen sein, um vielleicht nochmal so einen Boom einzuläuten. Ob das dann wirklich so sein wird, das weiß ich nicht. Da erscheinen sich auch die Geister. Aber man muss es wohl abwarten. Ja, das wird man dann sehen. Aber definitiv muss man, wie du gesagt hast, das Spiel frisch halten und neue Karten reinbringen. Auf jeden Fall. Vor allem die Profispieler freuen sich, wenn du wirklich so 10.000 Siege schon hast oder du spielst täglich deine drei, vier Stunden mindestens. Manche spielen auch noch deutlich mehr. Da freust du dich auch, wenn es mal ein bisschen anders wird und wenn es nicht immer die gleichen Kategorien sind, in denen man sich bewegt. Wie lange spielst du immer so am Tag? Oder hast du früher, bevor die Turniere sind, so trainiert? Boah, also früher, ganz am Anfang habe ich nichts anderes gemacht. Ganz am Anfang habe ich echt sehr, sehr viel gespielt. Ich habe vor allem auch immer gespielt, wo ich konnte. Okay. Man kann sich auch am Handy spielen. Ja, das ging bei mir leider nicht. Mein Handy ist zu schlecht. Ich habe das gleiche Handy, was ich damals hatte, habe ich immer noch. Das ist auch ein großes Problem bei mir. Aber ich habe mindestens, damals habe ich acht Stunden täglich gespielt im Durchschnitt. Und das mindestens sechs Tage die Woche. Also acht Stunden, sechs Tage die Woche. Das ist dann irgendwann ein bisschen abgenommen. Also das hat dann abgenommen irgendwann. Okay. Wenn wir da jetzt schon bei den Spielstunden sind. Denn, dass man Pro-Gamer wird, das kommt dir nicht von irgendwo her. Also man ladet sich nicht das Spiel runter und ist Pro-Gamer. Da muss man schon eine gewisse Zeit investieren. Aber wie ist so der Weg? Also wie wird man zum Pro-Gamer? Da gibt es verschiedene Wege. Also da gibt es wirklich ganz interessante Wege, die man da gehen kann. Pro-Gamer kann man auch werden. Zumindest in Hearthstone war das so, wenn man einfach einen Bekanntheitsgrad hatte. Wenn man bekannter Streamer war beispielsweise oder ein YouTuber und dann in Hearthstone eingestiegen ist. Am Anfang war es so, dass die Blizzard-Turniere oder alle Turniere, wo es gutes Preisgeld gab, da wurden natürlich bekannte Leute eingeladen, damit Hearthstone Zuschauer kriegt. Und es war teilweise so, dass diese Leute sich dann natürlich auch mit dem Spiel befasst haben. Und grundsätzlich, grundsätzlich muss ich sagen, ist Hearthstone sehr einsteigerfreundlich. Und es kann auch jeder weit bringen. Aber diese Leute, die am Anfang dann da eingeladen wurden, haben sich halt dann in der Szene etabliert, haben dann auch die Fans mit Hearthstone gewonnen. Und beispielsweise von Anfang an dabei war es Drive-Crow oder Ecop. Das sind Namen, die findet man auch heute noch in der Hearthstone-Szene. Und das ist ein möglicher Einstieg. Aber das setzt natürlich voraus, dass man davor schon ein bisschen bekannt ist oder es irgendwie schafft, da eingeladen zu werden. Der andere Weg ist der Weg, den ich beispielsweise gegangen bin, dass man sich wirklich von Null irgendwie versucht, hochzuarbeiten. Aber da ist halt die Sache, da bin ich auch immer noch dabei. Denn ich habe zwar in Deutschland jetzt relativ gut performt und zwei große Turniere gewonnen, zwei große deutsche Turniere. Aber international ist meine Relevanz immer noch sehr gering, weil man muss sich da qualifizieren. Und die Qualifier sind auch immer sehr, sehr eng. Es geht immer sehr lange und es ist Hearthstone. Man kann es nicht verleugnen. Also es ist immer noch RNG. Es ist immer noch ein Kartenspiel. Und man kann so gut sein, wie man möchte. Und wenn man dann wirklich mal eine schlechte Hand hat und der Gegner hat eine gute Hand, dann wird das schon wirklich sehr, sehr schwer, das mit Skill wieder wettzumachen. Ja, das kann man sich gut vorstellen. Aber das sind halt beispielsweise zwei Wege, wie man reinkommt. Und ich habe halt da diesen langsamen Progress, will ich es mal nennen, den langsamen Fortschritt. Aber so Spieler wie Orange, die sind von Null auf Hundert gestartet. Der hat sich für drei große Turniere qualifiziert gehabt, hat dann sehr, sehr gut da performt, wurde von Team Arcon gesigned und ist jetzt einer der besten Spieler der Welt, einer der bekanntesten Spieler der Welt. Es kann auch sehr, sehr schnell gehen. Okay, cool. Jetzt ist es ja so, du hast dich ja entschieden, dass du jetzt coacht. Und wie bist du da dazu gekommen, zu der Entscheidung, dass du jetzt im Prinzip Coach wirst? Ja, naja, grundsätzlich ist das so, viele Leute kommen und haben Fragen, fragen hier mal, okay, wie funktioniert das, kannst du mir helfen, wie baue ich das Deck korrekt. Und einige Leute sind natürlich auch bereit, die Arbeit, die ich da rein investiere in so ein Coaching, dass sie das vergüten. Das finde ich auch toll, weil einige vergessen auch immer, ich werde auf Facebook auch oft angeschrieben und kriege irgendwelche Fragen. Ich versuche das trotzdem dann immer zu beantworten, aber das ist halt auch meine Freizeit, die dabei drauf geht. Und es ist nicht so, als würde ich nur eine Anfrage am Tag kriegen, sondern es sind viele Leute, die dann auch natürlich eine detaillierte Antwort wollen. Und dazu ist es auch nicht so simpel, dass das mal schnell in zwei Minuten runtergeschrieben ist. Und deshalb habe ich mir irgendwann gedacht, es wäre doch schön, wenn ich auf meinem Stream anfange zu coachen. Das interessiert die Leute auch sicher, da können sie was lernen, weil wie gesagt, ich gucke auch eigentlich nur Hardstone Streams, wenn ich was lernen möchte. Und so kam das dann dazu, dass ich angefangen habe zu coachen. Am Anfang kostenlos, weil ich selber auch noch keine Ahnung hatte, wie man coacht. Und umso mehr Zeitaufwand ich dann natürlich habe, umso mehr habe ich mir dann gedacht, ja gut, ich muss jetzt auch was dafür verlangen. Und so hat sich das dann entwickelt. Oh, okay, cool. Du bist jetzt professioneller Coach. Naja, professionell. Es gibt beispielsweise Kamlan, der hat Coaching und sowas studiert. Das gibt es ja auch. Ich glaube, das ist die professionelle Ebene. Aber ich versuche mein Bestes. Ich versuche das Beste, um mein Wissen weiterzugeben. Ich glaube, das Wichtigste ist ja nicht zu lernen, wie man coacht, sondern zu lernen, wie man sein Wissen weitergibt. Also man muss ja auch was können, um coachen zu können. Ja, das stimmt. Das ist aber ein langer Prozess. Da sehe ich mich auch noch nicht am Ende, weil mir immer wieder Sachen auffallen, die ich an meinen Coachings verbessern kann. Wo ich wirklich auch mehr auf meinen Coachee, so nennt man denjenigen, den man coacht, wo ich auf meinen Coachee besser eingehen kann. Deshalb, das ist eine Weiterentwicklung. Die Spieler, die ich coache, entwickeln sich weiter und ich werde mich auch als Coach weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist auch ganz normal, dass das so läuft. Glaube ich auch, ja. Und wir können jetzt auch kurz so eine Coaching-Minute machen, wo du deinen Zuschauern oder den Zuhörern kurze Tipps geben kannst. So in ein, zwei Minuten. Die hast du Zeit, oder? Natürlich. Oder müssen wir die schon zahlen? Ja, so jede angefangene Stunde kostet 35 Euro. Ach so, okay. Nein, nur ein Scherz. Ja, erstmal möchte ich sagen, always go face. Nein, das war jetzt nur ein Witz. Wir fangen jetzt erstmal an. Always go face ist nicht richtig. Was kann man grundlegend sagen? Was ich immer gut finde, ist, wenn sich Leute wirklich mit dem Spiel auseinandersetzen. Es geht viel um das Metagame. Es geht viel darum, dass man weiß, gegen welche Decks man spielt. Und das ist eigentlich schon die halbe Miete. Das ist auch das, wo wir schon vorher drüber geredet haben. Dass man die ganzen Karten kennt. Aber man muss nicht nur die Karten kennen, sondern auch die Decks und wann sie gefährlich werden können, wann man Ruhe hat und wie man das spielen kann. Und da lohnt es sich beispielsweise auf tempostorm.com gibt es halt immer eine schöne Auflistung. Das ist der Meta-Snapshot. Da gibt es eine Auflistung von den Decks, die momentan beliebt sind, die momentan gespielt werden. Und da muss ich sagen, da sind auch wirklich fast alle dabei. Und wenn man sich mit den Listen befasst und weiß, was der Gegner ist, dann wird es auch viel einfacher, selbst da herumzuspielen. Weil das merke ich auch oft in meinen Coachings, dass die Leute gar nicht wissen, was der Gegner jetzt haben könnte, wenn ich mir aber zu 100% sicher bin und weiß, was er da hat. Okay, das heißt, die Leute, also wenn jetzt jemand anfängt, einmal prinzipiell alle Klassen durchspielen. Also nicht jetzt komplett durchspielen, aber einmal gespielt haben, oder? Das hilft ja schon viel weiter. Das bringt ein Klassenverständnis, natürlich. Das bringt ein Verständnis für die Decks. Aber es reicht auch schon, wenn man ein Deck beispielsweise nimmt und gegen alle anderen Decks mal gespielt hat. Besser gesagt, sogar öfter gespielt hat, weil man Ahnung von den Match-Ups, also es gibt ja neun verschiedene Klassen und dann nennt man das mit jeder Klasse, ist das ein Match-Up. Man kriegt auch ein allgemeines Verständnis, wie man dann sein eigenes Deck spielt. Beispielsweise, um auch wieder zurückzukommen auf einen anderen deutschen Streamer, auf Kamlan, der spielt wirklich nur seine aggressiven Decks und spielt auch wirklich kaum Control-Decks. Aber das muss er auch gar nicht können, weil er weiß, wie er mit seinem Repertoire gegen Control-Decks spielen muss. So sehe ich das auch am Anfang von Hardstone. Es ist durchaus gut vielleicht sogar, wenn man sich mal ein Deck rausnimmt und das konzentriert spielt und alle anderen Decks kennenlernt. Man lernt nämlich auch die Schwächen der anderen Decks kennen. Man muss nur ein bisschen aufpassen und darf nicht zu abgelenkt beim Laddern sein. Das ist vielleicht auch noch wichtig, sehr aufmerksam Hardstone spielen, wenn man sich verbessern möchte und sich nicht ablenken lassen. Ja, sehr guter Tipp. Jetzt haben wir noch eine Frage, bevor wir zu unseren Speed-Fragen, sagen wir halt dazu, kommen. Und zwar, was sind deine Ziele für 2016? Ja, meine Ziele für 2016, das ist relativ einfach. Ich will zwar versuchen, auch auf der kompetitiven Ebene natürlich weiterhin erfolgreich zu sein und ich spiele auch gerne Turniere, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist dieses, ich entertaine gerne. Ich versuche gerne irgendein Content zu erstellen, wo die Leute sagen, hey, das hast du cool gemacht, ich hatte einen richtig scheiß Tag, ich habe mir jetzt dein Video angeschaut und jetzt konnte ich wenigstens mal ein paar Minuten abschalten und konnte darüber lachen. Das fand ich lustig. Und genau das ist der Weg, den ich jetzt eigentlich weitergehen möchte. Das heißt, ich werde jetzt mein Studium beenden, das habe ich hoffentlich dann Anfang April abgeschlossen und dann werde ich durchstarten. Dann wird es mehr Streams von mir geben, es wird mehr YouTube-Videos geben und auch viele lustige Sachen auf Social Media. Das sind alles Sachen, die ich jetzt schon geplant habe, wo mir aber momentan noch die Zeit dazu fehlt und deshalb wird dieses Jahr mein Fokus mehr auf dem Entertainment liegen und nicht darauf, dass ich in Turnieren gut performe, wobei ich das natürlich nicht vernachlässigt werde. Okay, das heißt, du gibst mehr Fokus jetzt auf deinen Stream? Genau. Okay, streamst du eigentlich nur Heart of Stone oder andere Titel auch noch? Ich würde gerne auch andere Titel streamen, das ist aber alles ein bisschen kompliziert, weil die Leute mich natürlich sehr, sehr gerne wegen Heart of Stone schauen. Wobei aber auch beispielsweise so ein Freaky Thursday, also so ein verrückter Donnerstag, wo man mal irgendwas anderes spielt, das will ich halt auch etablieren, dass die Leute mich vielleicht nicht mehr nur als Heart of Stone Profi oder als deutschen Meister in Heart of Stone wahrnehmen oder als Heart of Stone Spieler, sondern dass sie mich vielleicht mehr als Entertainer wahrnehmen und mal gucken, was ich da so zu bieten habe. Weil ich denke oft, wenn ich andere Spiele spiele, dass das auch lustig sein könnte im Stream. Beispielsweise so Fallout 4 am Anfang wäre sicher interessant gewesen und all sowas. Das ist der Plan für 2016. Coole Idee, coole Idee. So, wir haben jetzt noch vier Fragen und zu den vier Fragen kannst du jeweils, also gibt es, wie soll ich sagen, zwei Möglichkeiten mit Antworten und du musst mir sofort die Antwort sagen. Sofort die Antwort, aber darf ich noch was dazu sagen? Darf ich meine Antwort noch begründen oder muss ich einfach bam runter? Ja, du kannst es im Prinzip begründen. Ja gut, dann sage ich. Lassen wir zu. Dann sage ich noch ein bisschen was dazu. Nummer eins. Magier oder Krieger? Ah, das ist schon eine schwere. Magier. Aber das ist eine sehr schwere. Magier ist einfach, das war von Anfang an so meine große Liebe. Ganz am Anfang von Heart of Stone gab es da richtig coole Decks, aber Krieger spiele ich auch unheimlich gern. Und in der zweiten deutschen Meisterschaft, die ich gewonnen habe, da hatte ich auch meinen eigenen Krieger, also besser gesagt, der war von meinem Team erstellt, aber der Kommentator meinte, das ist der Maynard Warrior und das macht mir auch sehr viel Spaß. Aber Magier, das war die erste Klasse, die ich gespielt habe, die erste Klasse, mit der ich Turniere gewonnen habe und macht wirklich Spaß. Also spiele ich sehr, sehr gerne. Ich meine genauso, also ich spiele auch Magier hauptsächlich. Wobei ich eigentlich so weibliche Hauptcharaktere gar nicht so mag. Okay, wieso? Keine Ahnung, ich kann mich damit nicht identifizieren. Ich glaube, das ist der Punkt. Wenn ich irgendwie ein Spiel spiele, ich könnte das niemals als, man kann ja manchmal auswählen, bist du weiblich, bist du männlich? Ich könnte mich nicht damit identifizieren, wenn ich eine Frau wäre. Das ist komisch, aber... Okay. Ist okay. Danke. So, nächste Frage. Offline oder Online-Turniere? Das ist wenigstens ganz eindeutig offline. Also Offline-Turniere sind deutlich geiler als Online-Turniere. Also vor allem, wenn Fans da sind, wenn man sich mit Leuten unterhalten kann. Und es ist einfach eine geniale Atmosphäre. Es ist allein die Stimmung, oder? Ja, es ist Bombe. Ja, du könntest ja, wenn du Online-Turniere spielst, einen Recorder daneben hinsetzen, der was, keine Ahnung, klatscht oder wo gejubelt wird oder so. Nee, das ist nicht dasselbe. Ich glaube, dieser Recorder, der schafft es halt nicht, diese Stimmung zu verbreiten, von der du auch eben gesprochen hast. Das stimmt, ja. Da hast du auf alle Fälle recht. So, nächste Frage. Coaching oder Training? Oh. Das ist auch wieder schwer. Ja, ich würde sagen Coaching. Ich würde sagen Coaching, weil es schon Spaß machen kann mit den Coaches. Das ist nur so eine Sache. Oft fühle ich mich so gezwungen. Eben dadurch, dass ich möchte, dass die Leute ein gutes Coaching haben, dass sie zufrieden sind, fühle ich mich so gezwungen, dass ich nicht mal Witze während des Coachings machen kann wirklich. Sondern, dass ich mich wirklich nur darauf konzentriere, dass ich hier eine gute Leistung abliefere. Und das ist viel Druck. Aber trotzdem macht es Spaß, sich mit den Leuten zu unterhalten. Und ich frage auch immer so ein bisschen, was die Leute so machen. Manchmal erfährt man da interessante Sachen. Beispielsweise hatte ich mal einen Coach, der hat Lamas. Lamas? Ja, anderer ist ein Deutscher zwar, aber lebt seit zwölf Jahren in Japan. Und da erfährt man viele lustige Sachen. Oh, cool. Okay. Also man erfährt viele Sachen von Leuten. Das ist echt cool. Ja, ich würde noch gerne mehr mit den Leuten reden. Aber dafür zahlen sie ja nicht das Geld, dass ich ihnen Fragen stelle, sondern sie wollten ein bisschen Arzt zu lernen. Genau. So, und jetzt kommt die wichtigste Frage. Halt dich an. Äpfel oder Bananen? Bananen, ganz klar. Wie aus der Pistole geschossen. Ja, Bananen sind einfach viel süßer. Also ein Apfel ist gesund. An apple a day keeps the doctor away. Aber Bananen, die schmecken halt einfach nach was. Das schmeckt nicht so gesund, sondern die sind einfach süß, die sind lecker. Vor allem beim Schoko-Fondue. Also da ist Banane das Beste. Stimmt. Ich bin auch voll für Bananen. Obwohl es jetzt ein bisschen... Wir reden hier gerade über Bananen. Zwei Männer reden über Bananen. Oh Gott, oh Gott, nee. Und ein Schokolade getunkt. Jetzt. Ein Schokostechen. Spaß. Wir haben es so gut geschafft, den ganzen Podcast hier seriös durchzuziehen. Und dann kommt die Bananenfrage. Was soll ich machen? Die musste sein. Oder war das... Jetzt muss ich nochmal ganz kurz eine Frage an dich stellen. War das jetzt hier eine versteckte Frage, ob Frauen oder Männer? Und ich habe mich für Männer entschieden. Genau. Okay, scheiße. Das ist aber eine gute Frage. Ja, noch eine bessere Frage wäre, warum hast du dich auch für Männer entschieden? Und war das dann schon irgendwie subtiles Flirten mit mir, oder? Ja, wieso? Das Spiel können wir jetzt sehr weit treiben. Ja, das stimmt, ja. Lassen wir es lieber jetzt. So, ja, dann sind wir auch schon beim Ende. Und ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast. Hat echt mega Spaß gemacht. Natürlich, sehr gerne. Und für all jenen, die mehr von dir erfahren wollen, unten im Beitrag gibt es dann Facebook, Twitter, Twitch-Account und was du mir alles so gibst. Wunderbar. Dann können sich die Leute mal so ein Bild machen, wie du spielst. Ob du wirklich so gut bist, wie du sagst. Kein Scheißer. Und ja, wie gesagt, er macht Coachings, das heißt, beballert ihn jetzt nicht mit Fragen, weil dann kommst du wahrscheinlich gar nicht mehr hinten nach. Ja, doch, also ich werde das schon irgendwie managen. Okay, sehr gut. Passt. Wie gesagt, alles unten über, ich kann deinen Namen noch immer nicht aussprechen, Meinert die Cox, der, der den Schwanz nicht nur im Schritt, sondern auch im Namen trägt. Okay, das ist schön. Das sind schöne abschließende Worte. Und wir verabschieden uns jetzt von dieser Episode. Nochmal danke. Ja, sehr gerne. Und wir sehen uns im nächsten Podcast. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.